Hallo, mein Name ist Olivia Padalewski und ich leite Zero Waste und Do It Yourself Workshops für den Verein Zero Waste Austria. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit nur drei einfachen Zutaten dein eigenes Körperpeating machen kannst und zwar von der Couch aus. Ja, warum solltest du dir überhaupt überlegen dein eigenes Körperpeeling zu machen? Das hat wirklich viele gute Gründe. Erstens ist in den meisten konventionellen Körperpeelings Mikroplastik enthalten als Peeling Effekt. Dieses Mikroplastik ist so klein, dass es nicht gefiltert werden kann und anschließend direkt in unsere Abwässer und später dann in Flüssen und Meeren endet. Außerdem ist das oberste Ziel von der Zero Waste Bewegung Abfallvermeidung. Mit deinen selbstgemachten Pflegeprodukten kannst du ganz, ganz viel unnötigen Verpackungsmüll einsparen und dabei handelt es sich meistens um Einwegplastik, das sowohl in der Produktion als auch später in der Entsorgung höchst problematisch ist. Außerdem enthalten konventionelle Pflegeprodukte oft viele bedenkliche Inhaltsstoffe. Das kannst du z.B. ganz einfach mit der App CodeCheck testen. Dabei handelt es sich um Parabene, Silikone, Mineralöle, aber auch synthetische Konservierungs- und Duftstoffe. Ja und letztendlich werden konventionelle Pflegeprodukte nach wie vor komplett unnötigerweise an Tieren getestet. Wenn du nachhaltiger leben möchtest, entscheidest du dich somit entweder für zertifizierte Naturkosmetik oder aber du machst deine Naturkosmetik ganz einfach selbst. Das ist nicht nur gut für die Umwelt und die Tiere, sondern auch für deine eigene Gesundheit, weil die Haut nämlich unser größtes Organ ist. Ja und das Schöne daran, das Körperpeeling benötigt maximal drei Zutaten, die du vermutlich eh schon zu Hause hast und es ist so individuell wie du selbst. Das heißt, du entscheidest, was hineinkommt, je nach Hauttyp und Lust und Laune. Die erste Zutat ist die Peeling Basis. Das kann zum Beispiel Biozucker sein, Salz, getrockneter Kaffeesatz, manches ist feinkörniger, manches grobkörniger. Du kannst sie auch ganz einfach miteinander mischen und sie sorgen somit für den mechanischen Peeling-Effekt. Das führt dazu, dass deine Haut gut durchblutet wird, deine alten Hautschüppchen werden entfernt und die Bildung von neuen Hautzellen wird angeregt. Die zweite Peeling Zutat ist dann das pflanzliche Öl. Das kann beispielsweise ein Kokosöl sein, ein Olivenöl, Sonnenblumenöl, Mandelöl, was auch immer du zu Hause hast. Wichtig ist nur, dass es sich um ein Bioöl handelt und um ein kaltgepresstes oder natives Öl. Das Öl sorgt dann dafür, dass deine Haut gepflegt wird, dass sie geschmeidig ist und du brauchst dich anschließend nicht mehr eincremen. Und die dritte Peeling Zutat ist sogar optional, nämlich sind das ätherische Öle. Ätherische Öle sorgen für einen wunderbaren Duft, aber haben auch tolle weitere Eigenschaften, wie dass sie zum Beispiel leicht antibakteriell sind, belebend, durchblutungsfördernd oder aber auch erfrischend. Es sind hochkonzentrierte Substanzen und deswegen brauchen wir maximal zwei bis drei Tropfen für unsere Rezepte. Außerdem ist es ganz wichtig, dass es sich um Bioätherische Öle und um 100 Prozent Naturreine ätherische Öle handelt. Außerdem bitte pass auf, ätherische Öle sind nicht für alle Menschen geeignet, das heißt informiere dich selbst, ob es für dich passt oder nicht. Du siehst also, deine Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und du kannst dein Körperpeeling so kreieren, wie du das gerne möchtest. Und heute zeige ich dir noch meine zwei Lieblingsvariationen. Als erstes machen wir ein verwöhnendes Gute-Laune-Peeling. Dafür nimmst du zwei Esslöffel Bio-Zucker und entweder noch einen dritten oder aber einen Esslöffel getrockneten Kaffeesatz. Anschließend kommen zwei Esslöffel Bio-Kaltgepresstes Olivenöl dazu und am Schluss optional drei Tropfen ätherisches Orangenöl. Die Zutaten nacheinander in ein Schraubglas hinzufügen und gut miteinander vermischen. Du kannst die Konsistenz jederzeit anpassen. Wenn es zu trocken ist, gibst du noch etwas pflanzliches Öl dazu, wenn es zu ölig ist, fügst du noch etwas Peeling-Basis dazu. Als zweites machen wir ein erfrischendes Zitronenpeeling. Dafür nimmst du vier Esslöffel feines Salz. Anschließend kommen zweieinhalb Esslöffel flüssiges Bio-Kokosöl dazu. Anschließend nehmen wir einen Esslöffel Bio-Zitronensaft und geben ihn dazu. Der Zitronensaft sorgt für einen richtigen frischen Kick und versorgt die Haut mit wertvollem Vitamin C. Das Gute ist, die Zubereitung ist wieder die gleiche wie davor. Einfach alle Zutaten zusammenmischen, gut verrühren und kühl und trocken lagern. Ich hoffe, diese DIY-Anleitung hat dir Spaß gemacht und du konntest viel Neues wissen über Zero Waste, über konventionelle Pflegeprodukte, aber auch selbstgemachte Naturkosmetik mitnehmen. Wenn du Lust bekommen hast auf mehr Zero Waste Tipps und Wissen und DIY-Workshops, dann freuen wir uns sehr auf dich in unserer Community. Unser Angebot findest du auf www.zerowasteaustria.at sowie auch auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns sehr, wenn du uns dort folgst. Außerdem finden unsere Workshops und Events gerade alle online statt. Das heißt, du kannst ganz gemütlich von der Couch aus daran teilnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen von der Couch aus. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen von der Couch aus.